In diesem Video fassen wir nochmal zusammen, was wir zum Thema Drehkegeloberfläche bisher gelernt haben. Wir starten dazu mit einem kleinen Bilderrätsel. Auf welchen der sechs Bildern ist ein Drehkegel zu erkennen? Genau, Bild 1, 2 und 4 zeigen Drehkegel. Bild 3 zeigt hingegen eine Pyramide, Bild 5 einen Zylinder und Bild 6 eine Kugel. Machen wir mit einer Skizze weiter. Klick doch mal auf die Mantellinie. Sauber. Welche Größen werden denn in der Skizze normalerweise beschriftet? Auch richtig. Grundkreisradius, Höhe und Mantellinie. Die drei bilden gemeinsam ein bestimmtes Dreieck. Welches genau? Im rechtwinkeligen Dreieck gilt der Satz des Pythagoras. Sind zum Beispiel Grundkreisradius und Höhe gegeben, so können wir die fehlende Seite des Dreiecks berechnen. Wie sieht denn die Formel dazu aus? Rechnen wir dazu gleich mal ein Beispiel mit einem Radius von 3 cm und einer Höhe von 4 cm. Die Länge der Mantellinie entspricht also der Wurzel aus 3² plus 4², also der Wurzel aus 25 und die ist bekanntlich 5. Die Mantellinie ist also 5 cm lang. Jetzt wird es etwas kniffliger. Zwei der vier folgenden Aussagen sind korrekt. Welche sind es? Diese drei Bilder zeigen Kreisteile. Auf welchem davon ist ein Kreissektor zu sehen? Richtig. Bild 3 zeigt einen Kreissektor. Auf Bild 1 ist ein Kreissegment zu erkennen und Bild 2 zeigt einen Kreisring. Wir rufen uns in Erinnerung, was aus der dreidimensionalen Mantelfläche wird, wenn wir sie aufschneiden und eben abrollen. Die Mantelfläche hat, eben abgerollt, die Form eines Kreissektors. Wie berechnet man denn diese Fläche? Um den Anteil des Kreissektors an seinem Vollkreis als Verhältnis auszudrücken, gibt es mehrere Möglichkeiten. Kreuze die zutreffenden an. Die Oberfläche eines Drehkegels besteht aus zwei Teilen. Wie werden diese bezeichnet? Ich habe hier ein sogenanntes Netz eines Drehkegels aufgezeichnet, also seine Oberfläche zweidimensional dargestellt. Zu welcher der drei Skizzen passt dieses Netz wohl? Die beiden Oberflächenteile sind miteinander verwachsen. Aber wie genau? Jetzt erarbeiten wir uns nochmal die Formel zur Berechnung der Drehkegel-Mantelfläche. Da sie einen Kreissektor der Kreisfläche S² mal Pi darstellt, müssen wir diese noch mit der Anteilsgröße des Sektors multiplizieren. Diese Anteilsgröße erhalten wir über das Verhältnis Bogenlänge zu Kreisumfang mit Radius S. Die Bogenlänge ist so lang wie der Grundkreis des Kegels, also 2R mal Pi. Der Kreisumfang mit Radius S ist 2S mal Pi. Da lässt sich noch einiges kürzen. Und letztlich erhalten wir die Formel S mal R mal Pi. Die Formel zur Berechnung der Grundfläche ist da viel einfacher. Sie lautet Grundflächenradius zum Quadrat mal Pi. Um die Gesamtoberfläche zu ermitteln, müssen wir die beiden Teilflächen ja noch zusammenfügen. Nach Anwendung des Distributivgesetzes erhalten wir als Oberflächenformel für den Drehkegel Grundflächenradius mal Pi mal, Klammer auf, Mantellinie plus Grundflächenradius, Klammer zu. In der Lernstrecke haben wir auch Kegelstümpfe durchgenommen. Eine der drei Skizzen zeigt einen solchen. Welche ist es? Genau, denn Skizze 1 zeigt einen vollständigen Drehkegel und Skizze 2 einen Zylinder. Welche Teilfläche hat ein Kegelstumpf, die ein Drehkegel nicht hat? Überlegen wir jetzt nochmal, wie man einen Kegelstumpf berechnet. Richtig, er bildet die Differenz eines größeren Kegels mit einem kleineren, aber ähnlichen Kegel. Das war's mit der Zusammenfassung, jetzt noch ein kleiner Ausblick. Ihr lernt bei uns natürlich auch, wie man das Volumen eines Drehkegels berechnet. Außerdem sei hier noch erwähnt, dass es neben dem Drehkegel, dessen Spitze immer senkrecht über dem Grundkreismittelpunkt liegt, auch noch sogenannte schiefe Kreiskegel gibt. Aber das ist eine andere Geschichte. Weiterhin viel Spaß und Lernerfolg, eure Mathecoaches. Das ist eine andere Geschichte.